So, wir sind angekommen und zwar bei Seleca direkt in Arigatis und da führt zu dieser Snackbar und zu diesem wunderschönen Strand nur eine Geländestraße. Und wie wir hier sehen, ist schon der erste Jeep unterwegs. Darum steht auch hier 4x4, also nur Geländefahrzeuge erlaubt. Und, damit ihr euch den Plan einmal anschauen könnt, es gibt mehrere Einfahrten nach Ginyu. Und wir fahren nach Seleca, hier rauf. Von hier weg sind nur 12km und schauen uns einmal die Piste an. So, natürlich dürft ihr das nicht versäumen. Ok, das könnte ich mit meinem Auto aufbauen. Da ich ja kein normales Auto habe, sondern einen hochgestellten, ähnlich einem SUV. Also, an sich kein Thema. So weit auf den Rand darf man nicht fahren, denn da sind zum Beispiel Kakteen in einem dann sicher ordentlich piezen. So mal stechen. Also stechen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wirklich einmal eine gescheite Piste Was macht man auf einer Schotterpiste? Normalerweise sitzend fahren, wenn sie eine gut befestigte ist Allerdings bei so Piste wie hier Ist es teilweise besser Vom Sitz aufzustehen Ich hätte mir aber schlimmer vorgestellt Was macht man auf der Schotterpiste? Und dann geht's die Prozesse abussa Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Ein Italiener! Mit dem Audi A5! Aha, ok. Ja, traut sich das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020